Hi, Robert hier. Also heute der erste Wettkampf in Wiesbaden. 68, 31, world leading. Von daher glaube ich ganz gute Ausbeute. Die Bedingungen waren natürlich ziemlich geil. Das heißt also, es hätte schon noch ein bisschen mehr rauskommen können. Ich hatte vier Würfel, die im Netz waren und alle hatten eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl zurückgelassen. Aber die Technik ist einfach noch nicht so weit, dass man jetzt in irgendeiner Form wirklich aggressiv werfen kann. Und deswegen ist das auch noch nicht schlimm. Julia mit 66, 04 und Christoph mit 63, 79. Natürlich auch beide super Leistungen und die Trainingsgruppe ist auf einem super Weg. Mal gucken, was die nächsten Wettkämpfe dabei rauskommt. Ich mache erstmal ein Wochenende Pause und bin in Eugene. Das nächste Mal am Start, da gegen internationale Konkurrenz. Und ich freue mich eigentlich schon sehr doll. Und mal sehen, was dabei rauskommt. Das war Sieg Nummer 34. Ich hoffe, es werden noch viele, viele mehr. Und ich hoffe vor allem, dass ihr weiter dabei bleibt beim Media Diary. Also bis dann. Äh. Vielen Dank.